Ohne viel Vortext geht es heute direkt zu einem der wichtigsten Themen in den Grundlagen der Informatik. Es geht um die Turing-Maschine, das wesentliche Modell für Computer, wie wir es benutzen, wenn wir Berechnung als Konzept, als Idee in der Informatik verstehen wollen. Mein Name ist Markus Krütsch. Willkommen zurück zu dieser Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten hier an der TU Dresden. Und gerade dieser Zugang über die formalen Sprachen und Automaten ist natürlich ein sehr schöner für dieses Thema Turing-Maschine, denn er bedeutet, dass wir uns schon einige Videos lang mit verschiedenen Modellen von Automaten beschäftigt haben. Und eigentlich begannen wir dabei mit den fast einfachsten denkbaren Automaten, die nur eine ganz kleine endliche Steuerung hatten, die endlichen Automaten. Da hatte ich ihn damals auch motiviert aus einem einfachen Beispielprogramm heraus, in dem wir eine Zustandsvariable als einziges veränderliches Stück in unserem Algorithmus speichern. Und dieser Zustand konnte nur endlich viele Zustände, konnte nur endlich viele Werte annehmen. Und das war schon alles, was man brauchte, um so einen Algorithmus aufzuschreiben. Endliche Automaten also eine Art von Verallgemeinerung und eleganterer Darstellung bestimmter, ganz einfacher Algorithmen. Wir hatten das dann erweitert, hatten über Kellerautomaten gesprochen, bei denen wir einen Speicher hinzufügen. Und auch da konnte man eine Beziehung zu einem Algorithmus in der Programmiersprache sehen, der eben nur so einen Keller verwendet. Aber die Kellerautomaten waren auch hier wieder viel einfacher als eine allgemeine Programmiersprache es wäre und haben nur ganz wenige Ausdrucksmittel, wodurch man sie viel leichter untersuchen kann. Ja, es ist viel schwieriger, eine große Programmiersprache wie Java oder Python zu analysieren, selbst wenn man dort irgendwie die Features einschränken könnte. Und es ist nicht so einfach, die Features einzuschränken, so dass man wirklich nur die Kellerautomaten bekommt. Und jetzt wollten wir nun endlich noch einen Schritt weiter gehen über die kontextfreien Sprachen, die man mit Kellerautomaten erkennen kann, hinaus und diese noch ein wenig erweitern. Und dazu hatte ich beim letzten Mal kurz verschiedene Ideen besprochen, was man so tun könnte. Man könnte zwei oder mehr Kellerspeicherer zulassen, man könnte eine Warteschlange anstatt eines Kellers verwenden, man könnte Zähler verwenden, um Daten zu speichern anstatt eines Kellers und so weiter und so fort. Aber das Wichtige, was man erkennt, wenn man diese verschiedenen Ideen genauer anschaut, ist, dass all diese Modelle letztlich genau die Typ-Null-Sprachen erkennen. Das sind die Sprachen, wir erinnern uns, die man mit einer beliebigen Grammatik ausdrücken kann. Das ist nicht alles, es gibt viel mehr Sprachen, aber das sind die Sprachen, für die wir überhaupt noch eine direkte, konkrete Darstellungsform kennengelernt haben bisher. Für andere Sprachen haben wir bisher nichts. Also Typ-Null in gewisser Weise die größte erreichbare Klasse für uns. Interessant also, dass das genau zusammenfällt und man kann sich jetzt fragen, ja, wenn die alle das Gleiche machen, dann müssen wir offensichtlich nicht alle einzeln betrachten. Das reicht, wenn wir uns ein Modell anschauen, welches wollen wir denn nehmen? Und die Antwort dazu ist keines der genannten, sondern wir schauen uns den Klassiker unter den Automatenmodellen an, nämlich die sogenannte Turing-Maschine, benannt nach Alan Turing, den Sie hier sehen können. Zu dem muss ich nicht viel sagen. Einer der bekanntesten Vertreter der Informatik, einer der Gründerväter der Informatik und jemand, der einen riesigen Einfluss hatte mit seinen Arbeiten, auch die Art, wie wir über Berechnung nachdenken heute. Abgesehen davon natürlich auch eine faszinierende Figur in seinem Leben, aktiv zu einer sehr schwierigen Zeit der Geschichte. Es gab da einen Weltkrieg, an dem er natürlich auch in gewisser Weise beteiligt war als Mathematiker, der sich also mit der Dechiffrierung von Geheimcodes der Nazis beschäftigt hat und da auch wichtige Beiträge für England geleistet hat. Später dann tragische Wendungen, seine Verfolgung durch seine eigene Regierung als Vermuteter oder überführter können vielleicht, Homosexueller, was zu dieser Zeit noch natürlich nicht akzeptiert war in dieser Gesellschaft, bedroht mit Gefängnis oder einer Art medikamentöser Behandlung, die man heute als chemische Kastration bezeichnet, die letztlich depressiv machte und sein tragischer Tod dann durch Vergiftung, höchstwahrscheinlich durch Selbstmord, wie man sagt, mit einem Apfel. Ein Stoff, aus dem viele Geschichten sind. Es gibt auch Filme darüber, mehr oder weniger akkurat in ihrer Darstellung der geschichtlichen Verhältnisse. Aber wir sehen auf jeden Fall jemanden, der noch ein bisschen mehr gemacht hat als theoretische Informatik und in vielerlei Hinsicht wichtiger Vorreiter war. Inzwischen natürlich auch rehabilitiert in England. Es hat lange gedauert. Ja, es ist erst vor kurzem passiert, dass man sich formal entschuldigt hat für die damalige Strafverfolgung. Okay, gut. Das also unser Urheber für ein Automatenmodell, was wir jetzt kennenlernen wollen. Was kann diese Art von Automaten? Was ist das für eine Art Automat? Ist das auch sowas wie ein Kellerautomat mit zwei Kellern oder FIFO? Die Antwort ist fast ja. Es ist nicht so viel unterschiedlich zu diesen Automaten und das ist auch ein ganz großer Vorteil der Vorlesung, wie wir sie hier organisiert haben, nämlich dass wir schon diese verschiedenen Automaten gesehen haben und eigentlich sehen können, die Turing-Maschine ist eigentlich auch nur eins von diesen Modellen. Das ist in vielerlei Hinsicht nicht so speziell und nicht so besonders, wenn man es aus heutiger Sicht sieht, wie man vielleicht, wenn man den großen Namen hört, manchmal annehmen könnte. Es ist einfach nur eine Art, einen Automaten interessant zu erweitern, sodass man zusätzliche Dinge tun kann. Okay. Trotzdem kann diese Automatenklasse alles, was nach unserem Kenntnisstand überhaupt auf Computern machbar ist. Das heißt, nicht nur ist das genau das, was wir als Typ-Null-Sprache bezeichnen sollen. Es ist überhaupt jede Form von Berechnung, die mit einem Computersystem oder irgendetwas, was wir herstellen können oder was wir als Computer betrachten können, als rechnende Maschine betrachten können, überhaupt möglich ist. Und dieser Umstand ist bekannt als die sogenannte Church-Turing-These, die letztlich besagt, die Turing-Maschine kann alle Funktionen berechnen, die intuitiv berechenbar sind. Das ist natürlich kein mathematisches Theorem, denn was intuitiv berechenbar ist, das kann man nicht definieren. Gemeint ist hier, dass jeglicher Formalismus, jeglicher physikalischer Prozess, den wir jemals entdeckt haben, der dazu taugt, Berechnung zu fassen, nichts tut, was man nicht auch mit einer Turing-Maschine darstellen kann. Das ist der aktuelle Status und ich werde das nochmal ein bisschen vertiefen später, wenn ich darüber spreche. Jetzt wollen wir erstmal kennenlernen, wie die Turing-Maschine eigentlich funktioniert. Aber das schon mal als Ausblick, die Turing-Maschine der Universalkomputer schlechthin. Jetzt können wir, wie schon angedeutet, solche Maschinen auf viele verschiedene Arten definieren. Und es kommt letztlich immer dabei dasselbe raus. Es ist in gewisser Weise vielleicht auch historischer Zufall, dass wir die Maschine nun genau so betrachten, wie wir sie hier betrachten. Und auch heute gibt es noch verschiedene Arten Turing-Maschinen im Detail zu definieren. Darauf gehe ich auch noch ein. Wir haben jedenfalls eine Menge Gestaltungsspielraum dabei, wie wir diese Maschine jetzt definieren wollen, wie diese Automatenklasse funktionieren soll. Okay. Und dazu möchte ich ein paar hier erstmal aufzählen. Die erste Designentscheidung ist ziemlich naheliegend, wenn man von unserer Warte aus kommt, nämlich von den Automaten, die wir schon gesehen haben. Turing-Maschinen haben ebenfalls, genau wie die endlichen Automaten und die Kellerautomaten, eine endliche Steuerung. Also das heißt, endlich viele Zustände, in denen sie sich befinden können und eine Funktion, die definiert, wie man von einem Zustand zum nächsten kommt, in welchen Situationen der Automat den Zustand wechseln soll. Das ist die endliche Steuerung. Sie haben darüber hinaus eine unbeschränkte Menge an Speicher. Das war auch schon bei den Kellerautomaten so. Da hatten wir aber die Speicher immer organisiert als einen Keller. Bei Turing-Maschinen wird das anders sein. Aber in beiden Fällen können wir so viel Information speichern, wie wir benötigen. Eben für eine bestimmte Berechnung. Die Berechnung selbst wird auch wie bei den anderen Automaten wieder in kleine Schritte aufgeteilt. In jedem Schritt kann die Turing-Maschine ein Zeichen aus dem Speicher lesen und eines schreiben. Auch das ist genau das gleiche, was wir auch bei Kellerautomaten gesehen haben. Da hießen diese Lese- und Schreiboperationen Pop und Push. Das wird sich ein bisschen ändern bei Turing-Maschinen, aber es ist immer noch das gleiche Prinzip. Ein Zeichen wird gelesen, ein Zeichen wird geschrieben. Der Unterschied und das Neue im Vergleich zu Kellerautomaten ist jetzt, dass der Lese- und Schreibzugriff an jeder beliebigen Speicheradresse möglich ist. Das heißt also nicht nur an der Oberseite, an der obersten Adresse des Stapels, den wir als Kellerspeicher benutzen, sondern es ist möglich, jede beliebige Stelle der gespeicherten Informationen zu lesen. Man kann also wählen, was man betrachten möchte und kann auch jede beliebige Stelle im Speicher ändern. Okay, das klingt wahrscheinlich erstmal plausibel und nicht weiter überraschend. Also es ist naheliegend, wenn man den Universalkomputer definieren möchte, dass der auch in der Lage ist, jede Speicheradresse zu schreiben. Wenn wir aber jetzt überlegen, wie wir bisher Automaten dargestellt haben, mit so einer ganz einfachen Übergangsfunktion, die in einem einzigen Übergangsbefehl sozusagen alle Dinge vereinigt, die so eine Maschine tun kann, dann fragt man sich ja vielleicht, wie realisiere ich das jetzt? Wenn ich eine beliebige Adresse speichern will, kann unendlich viele Adressen oder beliebig viele, unbeschränkt viele Adressen geben, wenn der Speicher wächst. Wie drücke ich das mit einem einzigen Befehl aus oder mit endlich vielen verschiedenen Befehlen, wenn ich überall schreiben kann. Und die Idee, der Kniff, um das zu realisieren in der Turing-Maschine, ist einfach der, dass man eine aktuelle Adresse speichert. Das heißt, die Turing-Maschine betrachtet zu jedem Zeitpunkt genau einen Ort in ihrem Speicher, eine Adresse und kann diese Adresse nur in kleinen Schritten verändern, indem nämlich dieser Zeiger, der irgendwo auf den Speicher zeigt, um eins verschoben wird in die eine oder in die andere Richtung. Der Speicher ist immer noch so eine lineare Abfolge von gespeicherten Zeichen. Und auf die Art kann man zwar nur langsam von einer Adresse zur anderen wechseln, aber man braucht sehr wenige Operationen, um das zu tun. Man muss zum Beispiel keinen Mechanismus einbauen, mit dem man direkt an eine bestimmte Adresse springen kann, die man in irgendeiner Weise als Zahl zum Beispiel angeben will. Okay. Man kann außerdem noch etwas tun, nämlich, was bei den bisherigen Automatentypen so nicht ging. Man kann das Modell ein wenig vereinfachen, indem man einfach festlegt, dass die Eingabe beim Start der Maschine im Speicher schon vorhanden ist. Das heißt, bei den anderen Automaten hatten wir ja immer ein Eingabewort und zusätzlich noch diesen Speicher bei den Kellerautomaten. Und das waren zwei verschiedene Dinge, die man unabhängig betrachten konnte. Und deshalb haben die Kellerautomaten auch relativ komplizierte Übergangsfunktionen gehabt, weil man manchmal kein Zeichen aus dem Input liest, manchmal kein Zeichen auf dem Keller verändert, manchmal beides gleichzeitig tut. Und das alles musste irgendwie funktionieren. Bei der Turing-Maschine machen wir uns das etwas leichter. Wir sagen einfach, die Eingabe selbst ist im Speicher hinterlegt, wenn die Maschine startet. Und die Maschine kann also, indem sie aus dem Speicher liest, ganz einfach lesen, was die Eingabe war. Das heißt, wir brauchen nicht zwei verschiedene Quellen, aus denen wir lesen können. Und wir müssen nicht immer zwei verschiedene Quellen in unseren Übergangsfunktionen angeben. Es reicht eine und die vereint also Eingabe und Arbeitsspeicher. Okay. Das ist also eine Liste der wichtigsten Grunddesignentscheidungen, die uns zur Turing-Maschine hinführen und zu der konkreten Definition bringen werden. Schematisch kann ich das also ähnlich, wie ich es schon vorher mit Kellerautomaten und endlichen Automaten gemacht haben, so darstellen. Ich habe ein Eingabe-Speicherband, auf das die Turing-Maschine zugreifen kann. Ich habe das hier mal in dem Beispiel mit verschiedenen Zeichen gefüllt, kleinen Zeichen und klein geschriebenen Zeichen und groß geschriebenen. Die Idee ist weiterhin, dass es ein Eingabe-Alphabet gibt und dass aber die Turing-Maschine auch Zeichen, die nicht in der Eingabe vorkommen können, in den Speicher bringen kann. Also es ist erlaubt, dass die Turing-Maschine zusätzliche Zeichen verwendet. Bisschen so ähnlich wie die Keller-Symbole beim Kellerautomaten, die ja auch nicht unbedingt aus dem Eingabe-Alphabet stammen mussten. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man solche zusätzlichen Zeichen hat, damit man nicht die gegebene Eingabe verwechselt mit etwas, was man als Zwischenspeicher, als Variablenwert in diesen Speicher irgendwie abgelegt hat. Das kann man also dadurch besser darstellen. Dieser Speicher sieht also etwa so aus. Es ist ein Band, ein linearer Speicher. Am Ende das gleiche wie ein Keller, bloß ich schreibe es jetzt von links nach rechts anstatt von unten nach oben. Aber es ist einfach ein linearer Speicher, eine Liste von Symbolen. Und ich habe einen Zeiger, der auf ein bestimmtes Symbol zeigt zu jedem Zeitpunkt, dass es der sogenannte Lese-Schreibkopf, der beweglich ist. Und der Rest ist einfach die endliche Steuerung mit endlich vielen Zuständen und einem konkreten Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Genauso wie bei den endlichen Automaten auch schon. Die Übergangsfunktion muss jetzt dadurch relativ wenige Bestimmungsstücke nur verwenden, weil es eben nur dieses eine Band gibt und keine getrennte Eingabe- und Speicherbereitstellung habe ich als einzige Eingabe den aktuellen Zustand und das aktuell gelesene Zeichen, zum Beispiel das C. Die Ausgabe wird dann sein, ein neuer Zustand, so wie bei allen Automaten. Wir wechseln den Zustand. Wir können auch den gleichen beibehalten natürlich, aber wir müssen wissen, welcher Zustand der nächste sein soll. Ein geschriebenes Zeichen. Auch das könnte das Gleiche sein. Wenn ich das Zeichen nicht verändern will, dann muss ich einfach das Gleiche wieder an die Stelle schreiben. Und als drittes eine Bewegung des Schreibgläsekopfes. Und das ist also entweder nach links oder nach rechts oder einfach am Ort bleiben vielleicht. Also das sind immer kleine Bewegungen, die da stattfinden werden in jedem Übergang. Und auf diese Art kann dieser Zeiger also Schritt für Schritt verschoben werden. Okay, das ist die Grundidee der Turing-Maschine. Wie funktioniert jetzt genau dieser Speicherzugriff? Also wir haben einen Speicher, den wir an jeder Stelle lesen können, aber wir wollen natürlich auch unbeschränkt viel Speicher nutzen können. Die Turing-Maschine soll genau wie der Kellerautomat keine Einschränkung haben, wie viel Speicher sie überhaupt benutzen darf. Sonst wäre es einfach nur ein endlicher Automat. Da wäre nichts gewonnen. Trotzdem ist die Turing-Maschine zu jedem Zeitpunkt in ihrer Abarbeitung natürlich etwas Endliches. Die kann nach endlich vielen Schritten nur endlich viele Dinge geschrieben haben auf das Band. Und das heißt, sie verwendet nur einen endlichen Speicher, auch wenn sie im Prinzip beliebig viel Speicher zur Verfügung hat. Wir betrachten das, wie eben dargestellt, als Band, das von links nach rechts normalerweise gedacht wird. Also oftmals auch in solchen Modellierungen, in den formalen Darstellungen von Turing-Maschinen sprechen wir oft von links und rechts als Bewegungsrichtungen. Das kommt eben daher, dass wir uns das als Band vorstellen. Und links ist in der Regel dort, wo der Anfang ist, wo die niedrigeren Speicheradressen sich befinden. Der Lese-Schreibkopf kann frei bewegt werden, pro Schritt maximal um eine Zelle. Und wir legen fest, dass am linken Rand, also bei der ersten Speicherstelle, der Kopf einfach nicht weiter nach links bewegt werden kann. Wenn die Turing-Maschine das versucht, wird der Kopf einfach dort hängen bleiben. Ist die Definition. Man kann das auch etwas anderes angehen, aber für uns ist das die Vorstellung, die wir für Turing-Maschinen einführen. Am rechten Rand dieses endlichen Speichers, den die Turing-Maschine benutzt, ist es aber anders. Dort kann man den Kopf weiter nach rechts bewegen, auch wenn man dort bisher noch nie geschrieben oder gelesen hat. Und wenn das passiert, wenn die Turing-Maschine also rechts über den verfügbaren Speicher hinausgeht, dann wird dort eine neue Speicherzelle mit einem leeren Inhalt. Das schreiben wir hier so als Leerzeichen. Das wird auch manchmal als Blank bezeichnet. Wird dort angefügt. Wir können uns das also so vorstellen, als wenn die Maschine, der Algorithmus, dynamisch neuen Speicher alloziert, sobald sie versucht, auf noch nicht benutzten Speicher zuzugreifen. Und das ist eigentlich, denke ich, eine Vorstellung, die ziemlich nahe an dem ist, was wir in der Informatik auch machen, wenn wir Programme schreiben. Wir benutzen Speicher und wenn uns der Speicher ausgeht, dann allozieren wir zusätzlichen Speicher. Und seien wir ehrlich, in den meisten Fällen, wenn wir Programme schreiben, die dies tun, arbeiten wir so, als wäre der Speicher unbeschränkt. Also es gibt kaum einen Algorithmus, kaum ein Programm, der Speicher alloziert, bei dem man im Vorfeld prüft, ob dieser Speicher überhaupt noch alloziert werden darf oder ob der überhaupt verfügbar ist. Das ergibt ja auch Sinn, denn wenn wir Software schreiben, wollen wir die nicht für einen bestimmten Computer schreiben, der eine bestimmte feste Menge an Speicher überhaupt hat, sondern wir schreiben die Software allgemein und wir gehen davon aus, entweder wird es funktionieren, der Speicher reicht aus, um das Programm ablaufen zu lassen, oder der Speicher reicht nicht aus, dann stürzt das Programm vielleicht an irgendeiner Stelle ab. Aber man kann es dann trotzdem vielleicht noch auf Rechnern mit mehr Speicher erfolgreich ausführen. Und so ähnlich ist es auch mit der Turing-Maschine, die einfach mal optimistisch neuen Speicher hinzufügt. Nur, dass wir natürlich in der Mathematik auch im Prinzip unendlich viel Speicher zur Verfügung haben. Das heißt, es wird niemals ein Out-of-Memory-Fehler hier geben. Zumindest nicht bei den allgemeinen Turing-Maschinen-Modellen, die wir hier betrachten. Okay, so kann man sich das also vorstellen, die Art, wie Turing-Maschinen ihren Speicher verwalten. Es gibt auch eine alternative Vorstellung, die Sie oft in Lehrbüchern finden. Man kann auch sagen, ja, dieser beliebig große Speicher, der existiert von vornherein. Also das ist ein einseitig unendlich langes Band, was also beliebig viel Speicher aufnehmen kann. Und am Anfang steht dieses Band, es steht diese endliche Eingabe, mit der wir starten. Und nach dieser Eingabe folgen unendlich viele Zellen, in denen Blank gespeichert ist. Also nichts ist nicht ganz richtig. Also das Zeichenblank ist auch ein Zeichen. Das ist so die klassische Vorstellung. Das ist vielleicht auch die Vorstellung, die eher in einem mathematischen Artikel verwendet wird. Wir haben dieses unendlich lange Band und wir greifen darauf zu. Ich finde die nicht so intuitiv. Wenn man ein unendlich langes Band hört, denkt man es schon von vornherein daran, dass das ein unrealistisches oder nicht praxisnahes Modell werden könnte. Was in der Wahrheit natürlich nicht so ist. Es ist ein ziemlich praktisches Modell, was nah an dem ist, wie auch unsere Computer funktionieren. Also in der Berechnung, die die Turing-Maschine selbst durchführt, ist zu keinem Zeitpunkt etwas unendlich. Unendlich ist nur die potenzielle Größe des Speichers, die Möglichkeit, dass wir noch mehr Speicher hinzufügen, die hat kein Ende. Aber die Turing-Maschine selbst hat keinen unendlich großen Speicherinhalt zu irgendeinem endlichen Berechnungszeitpunkt. Trotzdem, wenn Sie mögen, stellen Sie sich so vor. Aber es ist letztendlich natürlich völlig egal, welche Vorstellung Sie haben. Mathematisch läuft es ganz genau auf das Gleiche raus. Okay, hier haben Sie noch ein schönes Bild. Modell einer Turing-Maschine. Auch hier ist das Band endlich, wie wir sehen können. Aber das ist also ein Nachbau eines kleinen Modells, bei dem ein Band hin und her gedreht werden kann, als eine Art von Hardware-Realisierung einer Turing-Maschine. Auch, gut, dieses Bild speziell ist vielleicht nicht typisch und besonders weit verbreitet, aber auch diese Vorstellung der Turing-Maschine als Hardware, als Maschine, wie der Name ja schon suggeriert, ist verbreiteter, als sie eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Ja, denn es zeigt sich, dass in der Regel natürlich die Turing-Maschine in unseren modernen Zeiten dem entspricht, was wir als Software bezeichnen oder was wir als Algorithmus bezeichnen. Die Turing-Maschine ist nicht wirklich eine Hardware-Plattform und der Begriff Maschine ist ziemlich unpassend in dieser Hinsicht. Ja, also wir wollen keine Rechnerarchitektur hier definieren und auch nicht modellieren, sondern wir wollen einen einzigen Algorithmus modellieren. Und die Maschine ist also wie die anderen Automaten-Modelle, die wir betrachtet haben, eine abstrakte Darstellung für Algorithmen, für Verarbeitungsprozesse. Und worauf die dann laufen und wie man die implementiert in Hardware, ist eine ganz andere Frage. Ja. Okay. Also das vielleicht eher nicht die Art, wie wir uns Turing-Maschinen vorstellen. Okay. Jetzt können wir noch ein bisschen formaler werden. Sie kennen das aber eigentlich schon ganz gut. Die mathematische Definition von Turing-Maschinen sehen Sie hier auf dieser Folie und sie sieht sehr so aus wie das, was wir auch aus den endlichen Automaten schon kennen. Eine deterministische Turing-Maschine in dem Fall. Dazu kommen wir mal noch, aber nicht in diesem Video. Eine für jetzt deterministische Turing-Maschine DTM ist ein Tuple, hat verschiedene Bestimmungsstücke aus diesen sechs Teilen, die die folgende Bedeutung haben. Q ist eine endliche Menge von Zuständen, genau wie bei den anderen Automaten. Sigma ein Eingabe-Alphabet, genau wie bei den anderen Automaten. Gamma ein Arbeitsalphabet. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir hatten schon mal das Alphabet der Kellerzeichen beim Kellerautomaten. Der Unterschied beim Arbeitsalphabet ist, dass es ja, da wir jetzt den Arbeitsspeicher und den Eingabespeicher zusammen betrachten, muss dieses Arbeitsalphabet alle Eingabezeichen enthalten. Und zumindest noch ein zusätzliches Zeichen, das Blank. Und wir gehen davon aus, dass Blank kein Eingabezeichen ist. Das ist nicht zulässig, sonst wäre es nicht möglich zu erkennen, wie lang die Eingabe eigentlich war. Es kommen ja immer mehr Blanks. Also wir brauchen zumindest ein zusätzliches Zeichen zusätzlich zu dem Eingabe-Alphabet in unserem Arbeitsalphabet. Dann haben wir eine Übergangsfunktion. Auch das gehörte zu jedem Automaten bisher dazu. Die Funktion ist wieder etwas anders definiert. Das ist eigentlich das Wichtigste, was sich verändert in der Darstellung dieser Automaten. Jeder hat ein bisschen eine andere Übergangsfunktion. In diesem Fall sagen wir, es ist wieder eine partielle Funktion. Es ist also erlaubt, dass die Turing-Maschine manchmal in manchen Situationen nicht weiß, was sie als nächstes tun soll, weil die partielle Funktion dort keine, nicht definiert ist, partiell eben. Dann bleibt sie einfach stehen, wie wir sehen werden. Es ist also eine partielle Funktion, die einen Zustand nimmt. Das ist der aktuelle Zustand und ein Arbeitsalphabetsymbol. Das ist das, was die Turing-Maschine gerade liest und dafür ausgibt einen neuen Zustand, ein neues Zeichen und entweder L, R oder N für die drei Bewegungsrichtungen, die so eine Turing-Maschine haben kann. Nach links, nach rechts oder gar nicht. Bleibt stehen. Es gibt, wie bei allen Automaten, einen Startzustand. Wie bei allen deterministischen Automaten ist es genau ein Startzustand und wir haben hier nicht die Wahl, wo wir anfangen. Und es gibt eine Menge von akzeptierenden N-Zuständen. Auch das hatten wir ja zuvor. Okay, also Sie sehen, das ist völlig analog. Was die Übergangsfunktion bedeutet, hatte ich Ihnen schon erklärt. Hier steht es nochmal ausgeschrieben als ein Satz auf der Folie. Das ist also die neue Intuition für diese Art von Übergang. Okay, schauen wir uns noch schnell ein Beispiel an. Wir konstruieren eine Turing-Maschine mit dem Eingabe-Alphabet Sigma, das nur ein einziges Zeichen enthält, nämlich die Null. Und akzeptieren soll diese Turing-Maschine Wörter der Form Null hoch 2 hoch i. Und ich hoffe, das hilft, dass ich hier die Null in einer anderen Schriftart darstelle. Also es geht ja nicht um die Zahl Null natürlich schon um das Zeichen. Also Null hoch 2 hoch i ist ein Wort, ein String, der entsteht, wenn Sie das Zeichen Null 2 hoch i mal hintereinander schreiben. Und wir wollen alle Wörter akzeptieren, die diese Form haben. Mit anderen Worten, wir wollen alle Wörter akzeptieren, die nur aus Nullen bestehen, aber deren Länge genau eine Zweierpotenz ist. Also 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und so weiter. Es muss eine Zweierpotenz sein. Nichts anderes ist erlaubt. Okay, das möchten wir gern mit einer Turing-Maschine bewerkstelligen. Und jetzt können wir überlegen, wie wir das mit diesem sehr einfachen Automatenmodell am elegantesten hinbekommen können. Und in dem Fall gibt es wirklich eine sehr elegante Art, das direkt mit Turing-Maschinen zu machen, die auch anders abläuft als das, was Sie vielleicht in einer Programmiersprache machen würden. Wenn Sie eine Programmiersprache hätten, würden Sie zählen, würden eine Binärdarstellung vielleicht entwickeln von der Anzahl der Nullen, die Sie irgendwie erweitern jedes Mal, wenn Sie eine neue Null sehen. Und dann am Ende prüfen Sie, ob diese Binärdarstellung eine Zahl wiedergibt, die eine Zweierpotenz ist. Das ist natürlich auch sehr einfach bei einer Binärdarstellung, denn Zweierpotenzen in Binärdarstellung haben eine besonders einfache Form, wie man sich leicht überlegen kann. Aber trotzdem ist es nicht so einfach zu implementieren auf einer Turing-Maschine. Sie haben dieses eine Band und Sie müssen dann, während Sie die Eingabe lesen, immer den Kopf ziemlich weit verschieben, um Ihren Zähler zu erhöhen. Dann müssten Sie wieder zurückgehen zu der Stelle, wo Sie zuletzt gelesen haben. Und das müssten Sie immer weitermachen. Das kann man gut auf einer Turing-Maschine umsetzen, aber es ist nicht die einfachste Art oder die eleganteste Art, das zu tun vielleicht. Ich habe hier noch einen anderen Vorschlag, der direkt auf diesem eingegebenen Wort arbeitet und überhaupt keinen zusätzlichen Speicher anzuziert. Und zwar geht er so. Erstmal als Skizze. Erster Schritt. Wir laufen von links nach rechts über die Eingabe und ersetzen dabei jede zweite Null durch X. Jede zweite Null zu finden, das ist sehr einfach. Das kann man auch mit einem endlichen Automaten schon bewerkstelligen. In der endlichen Steuerung wechsle ich einfach immer zwischen zwei Zuständen. Dadurch weiß ich, ob ich eine gerade oder unsere Anzahl an Nullen gesehen habe bisher. Und wenn ich eine der zweiten finde, schreibe ich ein X. Ansonsten schreibe ich die Null, die vorher da stand, wieder hin. Falls insgesamt dabei nur eine einzige Null gefunden wird und es gar keine Zweile gibt, akzeptieren wir. Denn zwei hoch Null ist eins und eine Null ist also eine Zweierpotenz von Nullen. Falls eine andere ungerade Anzahl von Null gefunden wird, also wir das letzte zweite X nicht finden können, dann verwerfen wir. Ungerade Zahlen sind keine Zweierpotenz. Wenn wir das getan haben, jede zweite Null ersetzt, dann laufen wir zurück zum Anfang des Bandes und wiederholen die Schritte ab 1. Wieso funktioniert das? Naja, jedes Mal, wenn 1 ausgeführt wird, überspringen wir die X und schauen nur die Nullen an. Jede zweite Null wird ersetzt. Das heißt, wir dividieren in jedem Durchlauf die Zahl der Nullen durch 2. Ja, und wenn diese fortgesetzte Division durch 2 am Ende 1 ergibt, dann war es eine Zweierpotenz. Wenn es irgendwann nicht mehr durch 2 zu teilen geht dagegen, dann ist es keine Zweierpotenz. Dann verwerfen wir. Und so kann man also Zweierpotenzen erkennen. Okay. Wie schaffen wir das jetzt in einer formal definierten Turing-Maschine, so wie ich sie gerade gezeigt habe? Das soll hier auf der Folie erklärt werden. Dazu erstmal noch eine schöne Darstellung, die das ein bisschen vereinfacht. Wir wollen wieder eine Art von Pfeildiagramm, Transitionsdiagramm verwenden, um Turing-Maschinen grafisch darzustellen. Das macht es bei kleinen Maschinen ein bisschen einfacher für uns Menschen, die Funktionsweise zu überblicken. Wir beschriften einen Pfeil, der von einem Zustand zum nächsten führt, von Q1 nach Q2, mit drei Bestandteilen. Nämlich hat die Form S1 geht nach S2, D. Wobei S1 das Zeichen ist, was wir gerade lesen auf dem Arbeitsband. Und S2 das Zeichen ist, was wir neu schreiben wollen. Und D ist die Richtung, Direction, in die wir uns bewegen. Ich schreibe hier nicht R, R haben wir schon definiert als Bewegen nach rechts. Ja, das wollen wir nicht verwechseln. Okay, so wollen wir Pfeile beschriften und dadurch kann man in einem Pfeil den gesamten Übergang einer Turing-Maschine kodieren. Und mit dieser Notation kann man jetzt diese Idee, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, in so einer doch recht einfachen Turing-Maschine zusammenfassen. Wir haben einen Startzustand Q0, die Notation mit Startzuständen kennen Sie schon. Die ist genau gleich wie bei den endlichen Automaten, die wir bisher hatten. Und dann geht der Prozess durch die anderen Zustände. Im Startzustand machen wir immer dasselbe. Wir ersetzen eine Null durch eine markierte Null. Das ist ein Zeichen, das sieht ein bisschen anders aus. Ich gehe einfach davon aus, ich habe das als zusätzliches Arbeitszeichen in meinem Alphabet. Die blauen Zeichen hier sind alle die in meinem Arbeitsalphabet, die hinzukommen zum Eingabealphabet. Ich ersetze also die erste Null und gehe nach rechts. Wenn mir das nicht gelingt, dann stecke ich gleich fest. Also wenn es gar keine Null auf dem Band gibt, dann ist es keine Zweierpotenz von Nullen. Dann wird das diese Maschine nicht akzeptieren. Den Anfang zu markieren hat den Sinn, dass wir, wenn wir zurücklaufen zum Anfang, wissen, wann wir es geschafft haben. Wir wollen ja nicht den Anfang verpassen. Man stößt zwar an am linken Ende. Die Turing-Maschine kann in unserer Definition nicht nach links über die Eingabe hinweglaufen. Aber eben gerade deshalb weiß man nicht, wann man den Rand erreicht hat. Wenn man immer weiter nach links geht, irgendwann ändern sich die Zeichen nicht mehr und man kann nicht unterscheiden, ob das daherkommt, dass immer die gleichen Zeichen auf dem Band stehen oder daher, dass der Kopf sich gar nicht mehr bewegt. Also markieren wir das. Okay, jetzt gehen wir in den Zustand Q1. Zustand Q1 ist gemeinsam mit Zustand, ja, Zustand Q1 beginnt mit der Ersetzung jeder zweiten Null. Wir haben ja schon eine Null gelesen jetzt am Anfang. Wenn jetzt eine zweite Null kommt, ersetze ich sie durch x und gehe weiter nach rechts. Diese Schlaufen lassen wir erstmal außen vor. Also die zweite Null wird durch x ersetzt. Und jetzt mache ich das immer sofort. Jede zweite Null wird ersetzt. Jede erste Null wird beibehalten. Also wenn ich eine weitere Null sehe, schreibe ich die Null wieder aufs Band, gehe weiter nach rechts. Wenn ich dann noch eine Null sehe, schreibe ich ein x aufs Band, gehe weiter nach rechts. Wieder eine Null bleibt stehen, wieder ein x wird gelöscht. Bis ich irgendwann am Ende des Bandes ankomme. Und das sollte bitte schön nach einer geraden Anzahl von Nullen passieren. Das heißt im Zustand Q2. Wenn ich im Zustand Q3 bin und am Ende des Bandes angelangt bin, dann kann ich nicht weiterarbeiten. Denn für Blank gibt es hier keinen Übergang. Dann steckt auch wieder die Berechnung fest und verdurft. Die einzige Möglichkeit am Ende weiterzukommen ist, dass man im Zustand Q2 das Zeichen Blank liest. In dem Fall behalten wir das Blank. Wir wollen den neuen Speicher nicht beschreiben. Der bleibt leer als Markierung für das Ende des Wortes. Und wir gehen wieder nach links und wechseln in den Zustand Q4. Jetzt kommt der Moment, wo wir zurück zum Anfang des Wortes gehen mit unserem Zeiger. Dafür haben wir diese kleine Schlaufe hier. Wenn wir ein x sehen, schreiben wir das gleiche x wieder hin, gehen nach links. Wenn wir eine Null sehen, schreiben wir die gleiche Null wieder hin, gehen nach links. Bis wir irgendwann die markierte Null vom Anfang sehen. Und wenn wir diese markierte Null antreffen, dann gehen wir gleich wieder einen Schritt nach rechts und gehen in Q1. Das heißt, wenn wir jetzt wieder in Q1 ankommen, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon eine Null gesehen haben. Und wieder von vorn durch das Wort laufen. Jetzt haben wir aber schon einen Teil, der Nullen durch x ersetzt. Und deshalb hat jeder dieser Zustände Q1, Q2, Q3 diese zusätzliche Schlaufe, die sagt, wenn wir ein x sehen, dann lassen wir das x einfach wie es ist und gehen nach rechts und ändern dabei nicht den Zustand. Das heißt, die x werden einfach übersprungen, die werden ignoriert. Nur wenn wir wieder eine Null treffen, behandeln wir die wieder so abwechselnd ersetzen, beibehalten, ersetzen, beibehalten. Sodass jetzt wieder jede zweite Null, auch wenn da zwischendurch mal ein x steht, ersetzt wird. Bis wir hoffentlich am Ende ankommen. Das Ende muss nicht direkt nach der letzten Null kommen. Da können auch wieder ein paar x stehen am Ende. Aber dann müssen wir irgendwann in Q4 gehen, wieder zum Anfang und machen das immer so weiter. Wann haben wir Erfolg? Na ja, wir haben dann Erfolg, wenn wir hier nach dem Lesen der ersten Null, die markiert wurde, wenn wir in Q1 also wieder sind, nur noch x finden. Wenn alles ersetzt worden ist und wir dann bis zum Ende des Wortes gelangen, also bis zum Blank, dann können wir diesen Übergang verwenden. Blank bleibt blank. Wir bewegen den Kopf nicht mehr und gehen nach Q5. Das ist unser Endzustand. Hier wird akzeptiert. Okay, gut. Und das ist der ganze Algorithmus. So haben wir dieses Problem jetzt hier gelöst auf eine sehr spezifische Art, die für Turing-Maschinen effizient ist oder schön aufzuschreiben ist und die man vielleicht nicht so implementieren wollte. Aber wir haben, denke ich, ganz gut gesehen, wie so eine Turing-Maschine spezifiziert werden kann. Okay, das soll es für jetzt gewesen sein. Sie haben gelernt, wie Turing-Maschinen aufgebaut sind und auch vielleicht ein bisschen gelernt, wo die herkommen oder wie sie mit den anderen Automaten-Modellen zusammenhängen. Und dass sie letztlich auch nichts weiter sind als ein kleines Automaten-Modell mit einer klitzekleinen Erweiterung, die gar nicht so viel anders ist wie die Erweiterungen, die wir bisher verwendet haben, aber, wie wir sehen werden, die einen viel größeren Einfluss hat auf das, was man letztlich tun kann. Das war es für jetzt. Im nächsten Video schauen wir uns dann genauer an, wie die Turing-Maschine rechnet und wie genau das Ergebnis von so einer Berechnung definiert ist. Bisher war das ja jetzt eher nur intuitiv genannt. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.